So, hi! Oh mein Gott, wie sehe ich aus? Mein erstes Wichtel-Unboxing-Video. Der Sebastian hat mir ein wunderbares Wichtel-Päckchen geschickt, das ich auch gleich hier mal eröffnen zu versuche. Ich bin sehr gespannt. Ich bin, glaube ich, einer von nicht so vielen, die tatsächlich in zwei Wichtel-Gruppen sind. Ich hatte einfach darauf geschrieben, ich würde Bass oder Gitarre wichteln und bin tatsächlich in beiden Wichtel-Listen erschienen. Und jetzt, ja, das Ergebnis ist, das ist heute das erste meiner zwei Wichtel-Geschenke. Ich hoffe, meine sind schon angekommen, das sollten sie eigentlich schon sein. Ich bin sehr gespannt und kämpfe hier wunderbar mit diesem wunderbaren, gut verpackten Geschenk. Aber jetzt. Hoho! Hohoho! Ich wünsche schöne Weihnachten. Ich hoffe, dass du Freude an dem Pedal findest. Mir hat es trotz des schlechten Potipedal-Verhältnisses viel Freude gemacht. Mit dabei die üblichen Verdächtigen. Prost! Schöne Grüße von Sebastian. Sebastian, schon mal tausend Dank. Ich bin sehr gespannt. Zum einen, ähm, Spoilt. Wirst mal gleich gucken müssen, ob Spoilt die Band von Sebastian ist. Ein Feuerzeug. Kann man nie gut haben. Diverse aus dem Norden. Und reichlich Lametta. Wie geil! Ein Weihnachtsmann. Und da, 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 da. Aha! Sehr cool. Ein Mole-Bust-Booster. Sehr cool. Hatte ich auch schon mal. Hat damals, ist vom Brett geflogen. Aber ich glaube, der kommt wieder drauf. Und werde ich morgen gleich probieren. Ich danke dir auch für das coole Patch-Kabel noch dazu. Tolle Aktion. Vielen Dank an die Organisatoren. Und bis bald!